Schmiede und Metallbau Andreas Mehlhorn aus Tradition für die Zukunft. Wir blicken auf eine bis weit ins letzte Jahrhundert reichende Historie zurück. Heute schlagen wir den Bogen zur Moderne, indem wir die traditionelle Handarbeit am Schmiedefeuer mit dem Einsatz PC-gestützter Konstruktionen und Maschinen kombinieren. Hinter jedem Produkt aus unserem Haus stehen bei uns Menschen, die ihren Beitrag dazu leisten, dass wir mit unseren Unikaten das hohe Qualitätslevel halten können. Flexibilität ist unsere Stärke. Unser Angebot reicht von kleinen Teilen aus Stahl, Alu und Edelstahl bis hin zu kompletten elektrischen Zaun- und Toranlagen. In unserem Online-Shop Heimgarten lehnen wir unseren kreativen Schaffensdrang aus und bieten zahlreiche Produkte für den Außenbereich an. Jedes Werkstück wird hier individuell und einzigartig gestaltet. So können wir zum Beispiel Ihr Logo in das gewünschte Produkt einarbeiten. Ein weiteres Highlight sind unsere beliebten Schmittbögen, die wir in zahlreichen Größen und unterschiedlichen Motiven mit integrierter LED-Beleuchtung anbieten. Aus Tradition für die Zukunft. Schmiede und Metallbau Andreas Mehlhorn